Hallöchen ihr Lieben, hier zu einer neuen Jagd bei Final Fantasy 16. Heute Thanatos, der Bote der Unterwelt. Level 42 hat er, Gefahrenrang A. Man findet ihn, oder der nächste Schnellreisepunkt ist Kretow, freigeschaltet ab der Hauptquest Die Brüder. Und er hat für uns, wenn wir ihn besiegen, 9000 EP, 110 Fertigkeitspunkte, 17.000 Schill, 45 Ruhm und einmal Dunkelstahl. Dann machen wir uns mal auf den Weg. So, Kretow müsste hier unten sein, genau. Noch mal schauen, er müsste irgendwo hier in dem Kreis sein. So, Pima Dom. Im Schatten des Titans. Ja, genau. Und daran kann ich mich neu erinnern. Ah, da ist er ja schon. Genau, lass hier raus die Power. Warte, nur das Ding. Ah, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ah, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Der hat gesessen. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Sie gehören dir. Ah, da ist er. Ah, da geht noch eine Welle raus, verdammt. Die habe ich nicht gesehen. Das ist eine tolle Wurst. Hm. 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 Der hat eine gute Reichweite mit seinen Schlägen Der hat eine gute Reichweite Sehr schön Der hat Spaß gemacht Dunkelstahl Brauchen wir noch für die Herstellung Das Blatt, der kommt nicht wieder In ihm Vielen Dank Liken und Abonnieren bitte nicht vergessen Und ich freue mich auf die nächste Jagd Bis zum nächsten Mal, bye bye